Menschen, die den Kurs in Wundern intensiv praktizieren, haben eine veränderte Wahrnehmung von Arbeit, Erschöpfung und Stress. Der Kurs lehrt, dass alles, was man tut, aus einem Zustand des inneren Friedens und der Liebe herausgeschehen kann, anstatt aus Angst, Druck oder ego-getriebenen Motiven. Diese veränderte Geisteshaltung kann die Ursache dafür sein, warum sie Burnout vermeiden und trotzdem scheinbar unermüdlich Botschaften des Kurses verbreiten können, sei es durch Videos, Beiträge auf sozialen Netzwerken oder andere Aktivitäten. Es gibt einige wichtige Gründe, warum dies möglich ist. 1. Fokus auf den inneren Frieden. Der Kurs betont, dass echter Frieden von innen kommt und dass äußere Umstände keine Macht über diesen Frieden haben, wenn man sich entschieden hat, das Ego loszulassen. Wer diese Perspektive verinnerlicht, kann auch in arbeitsreichen Zeiten oder bei intensiven Verpflichtungen diesen inneren Frieden bewahren. 2. Verbindung zu einer höheren Quelle. Viele Menschen, die den Kurs intensiv betreiben, fühlen sich mit einer höheren spirituellen Quelle verbunden, die sie mit Energie und Inspiration versorgt. Sie betrachten ihre Arbeit nicht als etwas, das sie erschöpft, sondern als eine Möglichkeit, diese Energie weiterzugeben, was sie nicht auslaugt, sondern erfüllt. 3. Aufgabe des Egos. Der Kurs lehrt, dass das Ego der Grund für Stress, Angst und Erschöpfung ist. Wenn man das Ego aufgibt und stattdessen aus einem Zustand des Einsseins handelt, verschwindet das Gefühl von Trennung und Überforderung. Dadurch können Menschen auch lange und intensiv arbeiten, ohne sich erschöpft zu fühlen, weil sie nicht aus einem egozentrischen, sondern aus einem spirituellen Bewusstsein heraus agieren. 4. Arbeit wird als Dienst gesehen. Viele sehen die Verbreitung der Botschaften des Kurses als spirituellen Dienst an. Diese Haltung erzeugt Freude und Sinn, was Erschöpfung entgegenwirkt. Wer mit dieser Überzeugung lebt, empfindet die Arbeit als Ausdruck von Liebe und nicht als Last. 5. Körperliche Energie als Spiegel des Geistes. Da der Kurs lehrt, dass der Körper dem Geist dient, kann die geistige Klarheit und Ausrichtung auf Frieden und Liebe auch den physischen Körper mit Energie versorgen. Stress und Burnout entstehen oft durch innere Konflikte und Widerstände, die durch den Kurs aufgelöst werden können. Diese Menschen sehen ihre Arbeit als einen natürlichen Ausdruck ihrer spirituellen Praxis und nicht als etwas, das sie trennt oder erschöpft. Dadurch sind sie in der Lage, mehr zu leisten, ohne den negativen Effekten wie Burnout zu erliegen, da sie im Einklang mit ihrem inneren Frieden und ihrer spirituellen Quelle agieren.